hallo und herzlich willkommen zur nächsten pdl kam vor die geht es gegen ntm und es ist das match der giganten denn entweder bleibe ich letzter oder er wird auf den letzten platz zurück letzten platz zurück gestuft jetzt wollte ich ewig sein und verhaut die ganze sache man toll geil gemacht ich auf jeden fall haben wir heute bei ich habe versucht ein halber offensive team zu bauen ja ihr seht wie hyperoffensive ich bin zwei offensive pokémon dabei hat sich auf jeden fall gelohnt das hyperoffensive team zu bauen nein aber ich habe mein physisch defensives schillock dabei mein physisch nein mein speziell defensives schillock mein physisch defensives rotom ein speziell defensives tokatik mein full attack der mannitent joy scarf mein life of nido king und mein skorgro und ich hatte gedacht gut ich denke mal er leidet mit seinem landriss um die tarnsteine safe rauszubekommen deshalb leide ich mit meinen skorgro denn skorgro hat erstens auch die tarnsteine wenn er die tarnsteine legt könnte ich sie vom feld fegen und zweitens habe ich mir was kleines ausgedacht und wir gehen direkt in den kampf ich fange natürlich mit wie gesagt mit meinem glissko an und er fängt sogar wie erwartet mit seinem landriss an ich habe den attack drop vergessen aber gut das ist jetzt nebensache das stone edge miss war ärgerlich war aber im endeffekt auch nicht relevant denn ihr seht gleich wie viel schaden er setzt dann nochmal stone edge an erstens lege ich hier die tarnsteine kriege ich mein toxic orb natürlich durch und ihr seht die stone edge macht einfach keinen schaden das bedeutet der miss hat jetzt nicht um den gemattert ich habe den eis fang drauf kriege den krit in runde 2 und kann dieses landriss töten und deshalb meinte ich auch ja ich habe extra den eis fang drauf und ja dann dachte ich mir gut was geht er er geht in seine raiku und wenn er das so reingeht dachte ich mir schon ja also das hat safe die hinten power ice ich wechsle mal raus und gehe in mein rotum was was alles gut hängt ich bin zwar physisch defensiv aber es passt schon die hinten power kommt und macht wirklich kein damit vierfach nicht nicht vierfach wo es ist es ist einfach wo es ist es aber es halt rotum was und ich mache keine schaden jetzt dachte ich mir jetzt kommt selbst die elektro attack gemacht also sozusagen den double auf mein nido king eine hinten power ice würde ich auf jeden fall überleben und ich sehe aber es kommt der world switch und dachte mir gut dann kannst du jetzt einfach auf earth power gehen weil er hat nichts zum reinwechseln alles für den massiven damage bekommen und zu meiner verwunderung schickt der metacross rein und das stirbt natürlich durch die earth power es ist ein mega metacross und wir haben auch im uber gekämpft und das war es mit seinem uber gut dann holt der buzz hole rein und gegen buzz roll habe ich mir auch was geblickt und zwar spiele ich auf meinem video king die hp flying die natürlich ausreicht mit live orb um dieses ding zu töten natürlich ist das thema live orb aber ich glaube das hat inzwischen auch selbst herausgefunden jetzt schickt das ein raiko rein ich dachte mir schon ja die hp ice killt mich sicherlich nicht und sie killt mich auch nicht es ist nur eine hp ice und ich habe vorgeguckt das ist kein raiko mit irgendeinem besonderen item kann jetzt die earth power drücken kann das ding töten und jetzt kommt sein ins senior rein ich dachte mir schon also entweder jetzt z attacke oder scarf und ich wollte mein nido king noch behalten falls das irgendein setup mon ist also schicke ich dir mein rotum ein dass die z attacke trotz ich weiß gar nicht ob das ein spezieller physisches ding ist ich weiß es nicht genau welches ding nicht genau kenne kann es ja auf jeden fall abfangen es macht unheimlichen schaden ich dachte mir gut ich opfers jetzt aber ich überlebe und drücke hier jetzt den wall switch ich hätte auch hydropon bedrücken können aber um ehrlich zu sein war world switch 10 mal sicherer denn er hätte auch in sein toxi quack gehen können und die hydropon abzufangen mit dem h2o absorber also gehe ich in nido king drücke die earth power und kann so dieses insinior töten und jetzt sieht schon ganz gut für mich aus und ja es sieht nicht mal allzu prickelnd für ihn aus und jetzt habe ich mir schon gedacht der sucker punch ist ob wir es und ich möchte meinen nido king behalten bzw nehme diesen 6 0 sieg denn er kann nicht gegen meinen glisscore machen und deshalb habe ich gesagt ich nehme diesen 6 0 sieg mit und töte ich hätte der sucker punch war recht offensichtlich als habe ich noch prediktet kann jetzt auf das erbeben gehen und kann dieses toxi kack damit zu töten und somit habe ich diesen kampf 6 zu 0 gewonnen was mich ein bisschen nach oben bringt in der tabelle aber dieser kampf ist es schon ist das video ist nicht besonders lang ich habe die geschrieben obwohl es für mich gesehen ist ich habe ein 6 0 sieg bekommen und so weiter und so fort aber aus seiner sicht auf keinen fall also ich kann mir nicht vorstellen dass in der kampf so viel spaß gemacht hat denn ich habe nicht ein mon verloren das mit roten war bestimmt eine roll ich habe da eigentlich gar nicht gekalkt ich habe es heute einfach nur abwerfen und ja ich weiß nicht ob der kampf ihm wirklich so toll war also ich für mich war auf jeden fall gut auf jeden fall für die tabellen situation und so weiter und so fort und dass ich hier jetzt noch mal diesen sozusagen ich weiß nicht ob das übertriebener wechsel war weil 6 0 kda es war scheiße zu spielen und so ist mir auch bewusst aber der sucker punch war recht offensichtlich und das video king wäre auch irgendwann noch mal schneller gewesen als das teil und ich weiß nicht ob ich einen überlebt hätte ich habe hier den kalkulator offen das können wir eigentlich ganz schnell mal gucken wir haben ein nido king ich seht ihr seht es jetzt nur so dumm nido king gegen ein toxi kroak toxi kroak ich sage jetzt mal der sword dance und der sucker punch ja hätte mich gekillt denn ups das ist das wird denn der sucker punch hat 35 schaden gemacht 35 prozent natürlich und mein nido king hat nur noch 33 das bedeutet ich bin safe gefahren mein nido king noch mal für später zu bewahren um halt vielleicht ja gut es war halt wirklich in dem fall kda spiel es tut mir deshalb hin leid aber ich dachte mir schon und dachten gut kommt den predict falls er überhaupt darauf geht nutzt jetzt aus ich meine er kann gegen score crew eh nichts machen er wollte wahrscheinlich gerade auf schwertanz gehen oder so oder irgend so was aber ja deshalb aber naja warum warum ich kann es auf jeden fall erwartet töten ich habe attack investment 128 evs und das hat auch gereicht um das zu wanted care und das habe ich vorher noch mal gekalkt wer zwar glaube ich eine role gewesen aber eine ganz gute für mich glaube ich ich bin mir nicht mehr so sicher weil das team schon etwas länger her ist und somit fahre ich meinen ersten sieg in der pdl ein und ich sagen dankeschön fürs zuschauen ich verabschiede mich für dieses mal hoffe wir sehen uns beim nächsten kampf wieder und gg an dich eddie obwohl ich weiß das für dich vielleicht nicht unbedingt ein gg war und ja dann würde ich sagen vielleicht läuft beim nächsten kampf ja ich möchte jetzt kein was bis zum nächsten kampf bevor ich hier was falsches sage also dann haut rein tschüss